Der HC Davos will wieder gross sein. Der Rekordmeister und sein faszinierendes Comeback. Golden Nuts! Fucking loves it! Leadership, Emotionen, ein Auf und Ab. Huge. Davos ist huge, guys. Davos ist huge. Du kannst ja nicht sagen, so jetzt, jetzt kommen wir und jetzt gehen wir. Sondern du denkst, jetzt gehen wir und jetzt gehen wir und weiss ich, was der Gugel ist, oder? Aber das ist eben das Emotionale, das der Sport so lebendig und so spannend und so leidenschaftlich macht. Dass ich dort hoch bin, ist einfach nur, weil alle hoch sind. Es ist eigentlich eine Gruppendynamik entstanden. Auch freiwillig würde ich es nie machen. Ich zittere in dem ganzen Körper. Das Ziel ist der Weg zurück. Weil, für das liebe ich den Sport zu fest, dass ich jetzt einfach sagen kann, höre auf. Aber ich muss auch bereit sein, wenn der Körper Nein sagt, dann muss ich dem einfach Glauben schenken und dann einfach sagen, Hör, dann muss ich es anders durchlaufen. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Der unverstellte Blick in die Garderobe, spektakuläre Unterhaltung. Ein beispielloses Ende. Jeder, 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 glaubt, dass wir gewinnen. Ich will, dass jeder, glaubt, dass wir gewinnen. Leute, wir werden das Spiel ändern. Wir werden dieses Spiel gewinnen, Leute. Let's go! All right, guys. Shutdown of the league. No more games, no more junior games, everything is shut down. Gehnt heim, schaut zu eurer Familie, schaut zu euren Freunden und das ist jetzt die erste Priorität für alle. Das Projekt Davos. Aufbruch und Stillstand. Die Dokumentation ab dem 28. März um 21.30 Uhr exklusiv auf mysports.one.